Jetzt ist die Zeit loszugehen, aber bevor wir losgehen, was haltet ihr? Ihr sagt immer Stopp-Titel, ja, das wirkt man jetzt mal. Fairer Handel statt freier Handel? Stopp-Titel! Schiedgerichte statt Demokratie? Stopp-Titel! Privatisierung statt Danachsvorsorge? Stopp-Titel! Genessen und Kommunfleisch auf unseren Tellern? Stopp-Titel! Hinterzimmerpolitik statt Kanzwein? Stopp-Titel! Blutdumping statt Mindestlöne? Stopp-Titel! Überwachung, Bläser der Konsumenten statt Datensicherheit? Stopp-Titel! Kulturell ausverkauft statt kultureller Vielfalt? Stopp-Titel! Yes, we can! Stopp-Titel! So, jetzt machen wir den offiziellen Start. Und darum, manche von euch kennen es schon, machen wir eine kleine Aktion. Ich bitte euch für den Countdown, euch mal hinzuhocken. Ich mach das mal vor. Hockt euch mal hin. Wir wollen ein Bild machen für die Presse, dass es um die Welt geht. Und deutlich wird, wie viele sind. Und das kann man am besten nachfangen, wenn wir an die Bälle machen. Dass ihr euch alle hinsetzt. Hockt euch mal hin. Hier vorne geht das Josh. Auch hier hinten. Hockt euch hin. Ich ziehe das hier ruhig für euch. Alle runtergehen. Das ist doch sportlich. Das ist gut. Also noch weiter runtergehen. Auch da hinten beim Lautsprecher-Turm. Auf dem Platz. Vor dem Hauptbahnhof. Hockt euch wieder. Super. Das sieht schon gut aus. Auf der Brücke. Hinhocken. Hinhocken. Hinhocken auf der Brücke. Hinhocken auf der Brücke. Hinhocken. Auch auf der kleinen Brücke in der Brücke. Hockt euch mal hin. Geht mal runter. Super. Genau so. Hinhocken. Nehmen doch die Leute auf und schrumpeln. Achtet euch, dass alle unten sind. Wir wollen, dass das Bild über die Medien in die Welt geht. Sind sie gut? Jetzt werden wir anfangen. Und zwar ganz schnell hinten bei diesem dritten Rohr. Fangen die Leute an aufzustehen und hochzustrengen. Und macht Lärm. Und wir lassen die Bälle bis zur Bühne breiten. Übers Kanzler ab und weg. Wir zählen gemeinsam ein. Und ziehen runter. Dann rennen wir aber nicht los. Ihr hält so Massepanik. Möcken hier. Dann gehen wir ganz gemütlich. Erst kommen die Leute auf der Brücke. Auf dem Platz. Wenn es dann leer wird, kann auch das üben. Okay? Also nicht losdrehen. Ja, das kennt ihr. Gut. Also, trotzdem darf der Countdown dynamisch sein. Wir zählen von 10 runter bis 0. Und dann machen wir den größten Lärm, den wir können. Also. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Also. Ihr zählt. Ich zähle. 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 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 7. 7. 10. 1. 10. 10. 10. Wir haben uns nicht nur den Protest gegen TTIP auf die Karte geschrieben, sondern auch den Protest gegen andere Freihandelsabkommen, wie z.B. CETA, das Comprehensive Economic Trade Agreement zwischen EU und Kanada. Das ist ein bisschen bekannt, aber als der kleine Bruder von TTIP. Aber deshalb, um zu hören, was es damit auf sich an und wie auch unser Protest der Solidarität mit den Protesten in Kanada, wie dort der Protest durch, haben wir hier einen Vertreter. Ich begrüße euch, Larry Zau, den Geschäftsführer und Schatzmeister der kanadischen Bewerbschaft der Öffentlichen Beschäftigten. Larry, you've got the floor. Cheers to everyone.